Okay. Ha, richtiger Schmausert hier. Ähm... Da haben wir Taubers. Mitnehmen... Ähm... Hab ich jetzt die Flöte bekommen, oder was? Aber warum startet sich mein Headset grad andauernd neu? Weiß ich nicht. Mitnehmen... Alle? Hm? Alle? Mein Headset? Ja. Nein, mein Headset ist ja angeschlossen. Wackel? Wackelkontakt? Nö, ich bin grad wohl nur ein bisschen rum. Ja, Wackelkontakt. Ähm... Keyfloor... So, behalte die Pokémon dabei. Mach ich schon mal so, zack. Zack. Und zack. Hm... Die Leute, die mein Speedrun gesehen haben, wissen ja wie weit ich jetzt schon bin. Warte mal... Das Fahrrad hatte ich doch schon, ne? Ach nee... Ähm... Dieses Silk Code, damit du den... ...durch diesen Tower gehen kannst. Durch welchen Tower? Den in Lavandia? Der vor Relaxe ist? Also Zendus hat Probleme mit seinem Headset. Hä? Wieso... Wo du nach Erika kommst, kommst du in eine Stadt davor. Ja und? Warte mal... Nach Lavandia, ja. Schön. Zilfscope brauchst du dann. Na dann... Da wo die Team Rocket da in dieser Spielhalle sind. Äh... Hätte ich dir auch gesagt, wie man speichert. So. Und speichere auch nochmal kurz davor. Ich versuche jetzt Relaxo... ...mir zu holen. Ja, das habe ich mit den Scheitern eben gemacht. Aber sonst... Das hätte zu lange gedauert. Was? Ja... Immer wieder suchen die ganze Zeit. Das hätte bei mir auf jeden Fall nicht eine halbe Stunde gedauert. Oder länger. Oh... Relaxo, stirb jetzt bitte nicht. Nein! Und das macht jetzt am Ende noch einen Volltreffer. Ich kacke ins Essen. Ich glaube es nicht. Tja, Pech. Ich würde Relaxo haben. Gib her. Gib, habe ich gesagt. Ah, komm. Die Ends auf die Pokoflöte einsetzen. Wie war das? Bevor ich gegen Erika kämpfen kann, muss ich erst nach Lavandia oder was? Ja, da kommst du eh durch. Ja. Oder wie die Stadt da heißt. Diese Gruselstadt da mit dieser komischen Musik immer. Ja, das war sie hier. Komm. Ja, ich muss ja eh erst was anderes machen. Da ist mein Superball. Ich glaube es nicht. Ich kacke ins Essen. Boah, schlaf doch mal rein. Dann kack doch. Viel Spaß. Ich muss ja auch erst mal zu Team Rocket Boss, dass ich Erika machen kann, ne? Ja. Genau. Ah, ich brauche nur F1-Dreck drücken. Oh, das war der richtige Weg. Oh, ich will Relaxo haben. Ich kann auch den anderen Weg nehmen können. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. So, ist das jetzt ein Item oder ist das ein Pokémon? Ne, das ist AA. Na gut. Na gut. Und du bist auch AA. Mondstein. Ah, ein Kotstein. Ah, du bist ein Kotstein, das stimmt. Komm, was kannst du... TM7. Warte mal. Ich glaub... Ich glaub... Ich glaub... Ich kann da lang gehen. Ich kann da lang gehen. Ach komm, ich... Was brauch ich denn jetzt für Pokébelly hier? Da lang. Ich glaub da lang. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Das ist voll geil, wenn du dich drehst. Das sieht aus, ob das so ein bisschen rumpackt. Ach so, da bin ich jetzt in dem Fahrstuhl drin. Ah. Hallo. Was willst du überhaupt hier? Geh in den Arsch treten. Sag dir. Schatz im Rocket. Ratz, fratz. Level 19. Wir haben Radica Level 30. Ruck so kipp. Bam. Auf die Fresse. Bam. In die Fresse. So kann ich mein Radica übrigens zuvor noch ein bisschen trainieren dabei. Toll. Am Flash ist wieder am rumniesen. Diese Kotzbacke. Die Fresse. Die Fresse. Die Fresse. Die Fresse. Ja, mach ich ja schon. Möchtest du doch. Hä? 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 Was mach ich? Möchtest du? Katschalo. Katschalo. Ja, nein. Ich mein Penis. Iiii. Ach man. Da lang. Jawoll. Volltreffer. Oh fuck. Jetzt bin ich bestimmt feilschlank. Nee, da nicht. Hieß nix. Da lang. Da rein. Ist hier der Boss? Nee, glaub ich nicht. TM2 gefunden. Alles klar. Da haben wir noch was gefunden. KP Plus. Ach komm relax. Du willst mich verarschen oder was? Da ist der. Sonderbomber gefunden. Yeah. Da lang. Dann gehen wir mal hier lang. Kommt man auch nicht weiter. Fuck. Komm ich gleich viel. Ah geil. Ich hab relaxo. Ich hasse das hier ne. Ich habe relaxo. Relaxo. Wie viele Poké-Welder hab ich verballert? Muss bestimmt hier lang. Neun Stück. Hier komm. Wie kommst du hier her Kleiner? Keine Ahnung. Hab ich verlaufen. Hab ich verlaufen? Ja, hab ich auch. Gegen Traumato. 18 Minuten schon. 18 Minuten schon. Oh, super Angeln erhalten. Wow. 18 Minuten schon. 31. Oh, wie cool. Tausch. Dann tun wir noch ein bisschen Georock vorher trainieren. Vorher mit der Tanten spielen. Mit Fußfick hat er mich fast erledigt. Was Fußfittisch ist? Fußfick. Nicht Fußkick. Fuß was? Centurus. Wann mal. Ach, das war Zerschnippsler, ja. Zerschnippsler. Zerschnippsler. Carbon. Kommt du aus Carpador oder was? Ernsthaft? Blitz. Äh. Kommt's ja natürlich wie ein Pokémon nur mit dem Carpador durch. Okay. Ja, ist klar. Nicht? Los! Carpador, platscher, los! Auf das Carpador, pass auf. Auf das Carpador kommt ein Ewigstein, ne? Ja. Dass sie das niemals entwickelt. Wie komm ich denn dahin? Boah, wie war das jetzt? Fuck. Fuck! Zu dem Boss zu kommen. Zu dem Typen? Also zu... Ja, zum Team Rocket Boss? Ja. Musst du jede Etage durchgehen. Und jetzt diese Labyrinth da lösen. Die sind ja nicht schwer. Blutzuck. Das war nur als Kind. Wenn man das früher als Kind gemacht hat, das war schwer. Aber jetzt... Ach, das geht doch immer noch. Halt dich aus Team Rocket's Angelegenheiten. Nein, mach ich nicht. Du bist ein Roboter. Du bist doof. Ich muss dich platt machen. Ach, leck mich doch. Was? Untertitelung des ZDF, 2020